Hallo, mein Name ist Nina Ernst. Ich bin Sängerin und Schauspielerin aus Deutschland. Ich wohne in Berlin und ich freue mich ganz besonders, dass ich dieses Jahr auch wieder die Möglichkeit haben werde, ein Konzert im Instituto Iwoti zu singen und zwar am 5. Oktober um 20 Uhr mit meiner fantastischen Band aus Rio de Janeiro, Fernando Merlino am Klavier, Jamil Joanes am Bass und ihre Werte und Silber am Schlagzeug. Und ein ganz besonderer Höhepunkt wird dieses Jahr sein, dass die Kamerata Iwoti uns begleiten werden. Das Thema der Show ist die Mauer und die Sehnsucht. Also Mauer natürlich, weil wir sehr viele Lieder zum Thema deutsche Mauer dabei haben, Mauerfall. Und das Thema Sehnsucht haben wir dazu gewählt, weil es natürlich besonders gut dazu passt, da die Menschen ja damals auch sehr viel Sehnsucht hatten nach der anderen Seite der Mauer zum Beispiel oder natürlich nach Freiheit. Ja, und da wir ja unsere Spezialität haben, nämlich Deutschland und Brasilien miteinander zu verknüpfen, haben wir natürlich einen brasilianischen Komponisten mit dazu genommen, nämlich Dori Valkaimi, der ja auch sehr viele Lieder zum Thema Sehnsucht geschrieben hat. Also, wir freuen uns auf euch. Bis dann! 察